Zwei schöne Frauen um Robert Redford, die die Warnung missachten und den Staatsanwalt trotzdem küsten. Diesen super Kino-Erfolg mit dem Hollywood-Star Robert Redford also am Montag um 21.10 Uhr bei uns zu sehen. Weiter geht's in unserer langen Filmnacht mit dem Gruselschocker American Monster, das Ungeheuer von New York. Und zur Erinnerung noch einmal, anschließend ist unser Programm in Nordrhein-Westfalen und Hamburg nicht mehr über Antenne zu empfangen. Mysteriöse Todesfälle versetzen New York in Angst und Schrecken. Detective Shepard, gespielt von David Carradine, steht vor einem Rätsel.